Schöner 1, 2 Kommission und nochmal gut nachgesetzt und da ist es vorbei. Los geht's. Das Finale im Schwergewicht. Oh, direkt ein harter Treffer von Tim Schwabe. Und er macht das Ding zu. Sieg durch TKO in den ersten Sekunden der ersten Runde für Tim Schwabe. Der Sieger via TKO in der ersten Runde nach neun Sekunden und somit deutscher Meister im Schwergewicht. Tim Schwabe! Herzlichen Glückwunsch, Tim Schwabe, deutscher Meister im Schwergewicht. Herzlichen Glückwunsch.